Yo Leute, hier bin ich wieder mit dem guten alten Crack-Hopper, der wird heute wieder auseinandergenommen, hab ich gehört. Komm her. Okay, na gut, na gut. Dann geht's zu dem Präsent, okay. Er hat den Crossbow, ich das Katana. Würde sagen, schaut nicht gut für ihn aus. Ne, ne, du erwisst mich nicht, oh fuck, er hat mich getroffen, aber... In der Luft, weggefetzt, nice. Der fällt die Leiche. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal. Ciao.